Hallo, seien Sie gegrüßt. Im heutigen Video möchte ich Ihnen nach dem Besuch von mehr als 50 deutschen Hochschulen in den letzten beiden Jahren meine persönlichen Schlussfolgerungen zur Realisierung der digitalen Hochschullehre zukommen lassen. Ich habe zu Beginn meiner Workshops oder Vorträge jeweils die Multiple-Choice-Frage gestellt, welche Digitalisierungsstufe die deutschen Hochschulen erreicht haben. Was meinen Sie? Was waren die Antworten? Erschreckenderweise setzen die meisten die Digitalisierung der Lehre mit einem Anreicherungskonzept, das in hohem Maße auf PDF-Dokumente zurückgreift, gleich. Diese Anreicherung der klassischen Lehre mit digitalen Elementen, das weiß man mittlerweile, ist nichts anderes als eine kosmetische Korrektur althergebrachter Lehre. Mehrwerte, das habe ich in verschiedenen Videos und Publikationen begründet und gezeigt, werden erst durch eine vollständige Integration der digitalen Elemente und Szenarien erreicht. Doch wie schafft man das? Was müssen die Hochschulen tun, damit eine zeitgemäße Lehre im 21. Jahrhundert entstehen kann? Nun, der wichtigste erste Schritt ist eine Top-Down-Maßnahme auf Leitungsebene. Hochschulleitungen und Dekanate müssen die Digitalisierung zu ihrer eigenen Sache machen. Das geht am besten mit einem hochschulweiten Tag der digitalen Lehre, den die Hochschulleitung ausruft und veranstaltet. Eine ganz tägliche Veranstaltung für alle Lehrende einer Hochschule und dabei sein der Mitglieder der Hochschulleitung während der gesamten Veranstaltung. Parallel dazu müssen die entsprechenden Strukturen geschaffen werden. Viele Hochschulen sind da noch enorm zersplittert. Sie haben E-Learning-Zentren, das Hochschulrechenzentrum, Stabsstellen, Lenkungsgruppen, die Hochschuldidaktik, die Medienwissenschaften und andere Gremien und handeln sich dadurch ein gewaltiges Kompetenzgerangel ein. So funktioniert das nicht. Es müssen klare Strukturen geschaffen werden, zum Beispiel ein übergeordnetes Zentrum für digitale Lehre. Das einzurichten ist eine unangenehme Entscheidung. Die Hochschulen, die das aber bereits gemacht haben, sind dabei sehr gut gefahren. Diese beiden Top-Down-Maßnahmen sollten durch zusätzliche Anreizmaßnahmen, zum Beispiel durch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel oder Freiräume für die Lehre flankiert werden. Parallel zu den Top-Down-Maßnahmen muss eine Bottom-Up-Bewegung entstehen, in der Lehrende und Studierende die Möglichkeiten der digitalen Lehre zunächst einmal kennenlernen, denn viele wissen überhaupt nicht, was digitale Lehre ist. Zusätzlich müssen sie die entsprechenden Kompetenzen, Möglichkeiten und Rollen erlernen. Ein Programm wie das von mir propagierte Sechs-Schritte-Programm hat sich hier als sehr hilfreich erwiesen. Bindeglied des gesamten Prozesses muss eine neue Wertschätzung für die Lehre sein. Denn mit der bisher einseitigen Konzentration auf Forschung und der kaum wahrnehmbaren Anerkennung von Lehre im eigenen Portfolio wird sich jeder Hochschulangehörige fragen, warum soll ich mich mit Lehre befassen? Ohne ein eindeutiges Bekenntnis zur Lehre als neuer wichtiger Teil des akademischen Wirkens wird das nichts mit der Digitalisierung der Lehre. Denn, das habe ich immer wieder betont, die Digitalisierung der Lehre ist eine Herkulesaufgabe, die nicht vom Himmel fällt. Wir benötigen dafür Zeit, Geld und vielfältige Unterstützung. Also nochmal, wer macht was? Wie soll es funktionieren? Von den Hochschulleitungen muss eine Top-Down-Bewegung initiiert werden. Lehrende und Studierende müssen von unten die Digitalisierung in Gang setzen und alle müssen sich zur Lehre bekennen. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Und woher bekommt man Rat und Unterstützung? Nun, typische Top-Down-Berater sind Lehrende mit digitaler Lehrerfahrung in Leitungsfunktionen. Das heißt auch mit entsprechender Führungserfahrung. Denn es gilt bisweilen auch Unangenehmes durchzusetzen. Kontaktieren Sie mich und ich nenne Ihnen entsprechende Personen. Es gibt eine ganze Reihe hervorragender Persönlichkeiten. Für die Wertschätzung Lehre sind zunächst einmal übergeordnete Institutionen verantwortlich. Sie müssen die neue Qualifikationsmöglichkeit für Hochschulangehörige nach außen, auch in die Medien tragen, damit ein neues Bewusstsein entsteht. Naja, und die Bottom-Up-Bewegung kann nur von denjenigen Lehrenden initiiert werden, die nicht nur über digitale Lehre reden, sondern über umfangreiche Erfahrungen in der Durchführung digitaler Lehre und in der Entwicklung digitaler Lehrelemente und Szenarien verfügen. Also die echten Macher. Und dann benötigen wir noch eine Dachorganisation, bei der alle Informationen zusammenlaufen. Mit dem bundesweiten Hochschulforum Digitalisierung gibt es diese Klammer seit 2014. Dort können Sie Informationen und Publikationen abrufen und die vielfältigsten Beratungsdienste in Anspruch nehmen. Und wenn Sie an mich Fragen haben, ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.